Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei CryptoCay und zu einem absolut mega wichtigen Update, was die kostenlose Signalgruppe angeht. Die ist aktuell wirklich noch kostenlos. Ich würde euch, wenn sich das ändert, früh genug informieren, also hier keine Sorge. Was ändert sich? Wir nehmen statt zweimal Take Profit nur einmal Take Profit. Wir traden nicht mehr am 1-Stunden-Chart, wir machen das am 15-Minuten-Chart. Warum? Weshalb? Erkläre ich euch jetzt alles. Einmal, ihr habt ja gesehen, die Leute, die dabei sind, sind jetzt über 560 Leute dabei. Die sind ja, oder am Anfang, wie sie in die Gruppe gekommen sind, kamen reichlich Signale hinein. Aber aufgrund des massiven Dumps und jetzt des Pumps, haben wir nicht diese Signale so, wie sie sein sollten. Deswegen changen wir um. Das habe ich ja zwischendurch mit einer kleineren Gruppe. Jeder konnte damit hinein. Haben wir das schon gemacht. Ich glaube, gestern habe ich den Link geteilt. Da waren zum Beispiel drei profitable 1 Stop Loss dabei. Der Stop Loss war, glaube ich, sehr gering. Müssten wir uns dann nochmal anschauen. Aber auf was will ich hinaus? Welche Änderungen wir haben? Warum Änderungen? Ich habe nämlich eine Rückmeldung bekommen von einer komplett neuen Einstellung, die eben nebenbei getestet wurde. Ich habe gesagt, es wurden ganze Zeit oder werden Split-Tests gemacht. Diese Ergebnisse, die herausgekommen sind, sind unglaublich. Allein schon dieses Monat, aber letztes Monat noch, noch viel heftiger. Und ich möchte jetzt, dass wir das nachdrehen. Oder beziehungsweise ich gebe jetzt genau diese Signale, lasse ich hier mit hinein senden, weil einfach viel mehr ist. In der zweiten Signalgruppe kamen ja zwischendurch diese Signale, aber momentan in den 1-Stunden-Chart, wo wir jetzt in der offiziellen Signalgruppe sind, kommen ja sehr, sehr wenig bis in den letzten drei Tagen eigentlich gar nichts, so zweieinhalb Tage. Deswegen changen wir um 15 Minuten-Chart mehr Signale und in einer extrem profitablen Variante. Ganz kurz die Rückmeldung, was ich jetzt eben bekommen habe. Ich habe das dann auch live noch einmal nachgetestet. Jetzt nur im September, wir haben heute den 9. September, waren 35 Trades, die abgeschlossen wurden, davon, wann 10, die in Stop-Loss gelandet sind. Also mehr als ein Drittel, weniger als ein Drittel, das nicht profitabel war, extrem gute Trefferquote. Jetzt kommen wir aber, und wir sind jetzt noch Anfang des Monats, kommen wir aber zum ganzen August, da waren es 196 profitable Take-Profit-Eins-Trades zu 32 Stop-Loss. Das ist kein Scherz. Und da kommen sogar zwei Kryptowährungen, also zwei Paarungen werden da noch rausgekickt, die zu viel Stop-Loss erreicht haben und auch allgemein nicht zu viele Trades gefunden haben. Das heißt, das wird jetzt dann eingespielt, aber, und was ist der Unterschied, da komme ich jetzt ganz kurz mit hinein. Es gibt auch noch etwas Wichtiges, was ich euch sagen möchte und dann zeige ich euch auch noch, was nämlich der große Unterschied auch ist. Es werden jetzt wieder, es kann sein, dass Long und Short gleichzeitig hineinkommen oder kurz vor dem Abschluss einer Long schon eine weitere Short hineinkommt. Wie tradet man das? Das werde ich euch auch gleich erklären. Kommen wir jetzt zum Screen-Monitoring. Ihr wisst ja, alle, die dabei waren, so hat das früher ausgeschaut, als kleines Beispiel. New Trade Found, Ape USDT Short, dann Entry Price, Take Profit 1, Take Profit 2, Stop-Loss. Das wird ab jetzt nicht mehr so sein, dass ihr das auch gleich mitbekommt, weil wir traden jetzt nur noch zu einem Take Profit 1 und einen Stop-Loss. Wie sieht das aus? Da wären wir dann in diesem Fall. Hier sieht man das New Trade Found, Ata USDT Short zum Beispiel. Da sieht man, dass wir den Entry haben, wir haben einen Take Profit und wir haben einen Stop-Loss. Ganz wichtig, was ich euch in dem letzten Video auch gesagt habe, den Stop-Loss ist wirklich, also so ist die Statistik auch aufgebaut, was ich euch gesagt habe, ist mit einem Candle Close. Warum sage ich Candle Close? Da kommen wir ganz kurz hier hinein. Da mache ich auch das auf. Ihr seht das. Ich habe das einmal in die Gruppe gepostet, dass wir hier einen Entry Candle hatten, wir dann in die Höhe gegangen sind, den Take Profit 1 nicht erreicht haben, ganz kurz einen Wig nach unten unter den Stop-Loss hatten und dann erst in die Höhe ging Take Profit 1 und wenn ich mich nicht täusche, sogar später Take Profit 2. Aber warum? Weshalb? Der Kryptomarkt ist so volatil. Wenn man sich den Stop-Loss vorab schon einstellt, dann wäre man hier rausgekickt worden und hätte man den Profit eigentlich nicht mitgenommen. Und die Stop-Loss sind nämlich sehr oft so gesetzt, dass sie bei einem gewissen Widerstand oder Support dann nochmal kommen und das wird sehr oft angetestet. Deswegen ist es wirklich wichtig, natürlich, das Risiko, was dabei sein kann, das muss man sich im Klaren sein. Es kann sein, dass diese Kerze hier weiter, weiter, weiter runter geht und man natürlich viel mehr Minus macht als den Stop-Loss. Aber deswegen ist auch die Trefferquote in dem Fall viel höher, weil dort, wo diese ganzen Stop-Loss und Limit-Orders ja normalerweise in Order-Book darin sind, die werden kurz rausgekickt und werden dann, also die sind dann liquidiert oder sind einfach in Stop-Loss geraten und dann hat man oft einen Umkehrschluss. Und das wollte ich euch eben nochmal sagen. Das heißt, in Zukunft wird es jetzt eben so aussehen, wie man das hier sieht. Man hat hier einen Entry, man hat hier, hier sieht das auch, New Trade Found und und und. Man sieht dann hier Reach Target, die Long Position, Take Profit, Sache liegt. Und so wird das eben in Zukunft aussehen. Heute hatten wir zum Beispiel bei Atom einen Stop-Loss Reach, der war aber ein richtig böse Candle. Gehört aber auch dazu, ist Trading Life. Einfach, das muss man halt so mitnehmen. Das war ihm sehr, sehr wichtig, was ich euch sagen wollte. Wie tradet man aber jetzt? Weil wir natürlich sehr, sehr viele Signale bekommen. Long und Short gleichzeitig. Und das wollte ich euch jetzt hier kurz bei BitGet zeigen, weil da funktioniert das mega cool. Wir sagen jetzt, ich bin jetzt in Ape, wir haben ein Signal bekommen mit 5,391 als Entry und 5,538 als Take Profit. Und wenn wir jetzt hineingehen, ich sage jetzt Isolated in dem Fall 10x und ich möchte, dass wenn der Chart jetzt hier hinauf geht und den Entry erreicht, ich zoome hier nochmal ein bisschen ran, dann seht ihr das auch besser nochmal. Und den Entry hier erreicht, dass er hier eine Long-Position öffnet und hier aber diese wieder schließt. Wie geht man hier vor? Bei BitGet ist es eben so, dass man hier dann auf Open geht, aber man muss unbedingt eine Trigger setzen. In dem Fall eine Trigger, wo ich sage, man muss jetzt diese 5,391, die möchten wir nehmen, da möchten wir Long gehen. Die gebe ich aber auch nochmal hier hinein und sage dann jetzt in dem Fall einen Epe, ist ja ganz egal. Und dann sage ich Buy Long. In dem Fall sagt ihr mir jetzt, okay, wir wollen hier eine Buy Long und ihr seht hier jetzt, das ist meine Trigger Order. Die wartet jetzt darauf, erfüllt zu werden. Wann setzt man das? Wenn man zum Beispiel bekommt den New Trade Found und dann schon diese Vorgaben hat. Wie setze ich dann mein Take Profit und das ist das Geniale. Man klickt hier dann einfach daneben auf Close und sagt, ich möchte gerne eine Trigger Order haben, die bei 5,538 ausgelöst wird und mir meine ganzen Position schließt. Das heißt, ich möchte hier einen Epe schließen und sage dann Close Long. Was er jetzt macht, er öffnet mir hier eine Close Position und fertig. Jetzt habe ich das hier eingerichtet. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel eine Short Position gleichzeitig hineinbekommen oder wir sind jetzt in dieser Long drinnen. Wir sagen, wir sind in dieser Long drinnen, haben sie getriggert und wir bekommen irgendwo hier noch eine Short Order mit hinein. Heißt nicht, dass wir das jetzt nicht erreichen. Die Take Profits sind wirklich sehr, sehr hohen Prozent. Aber es kann sein, dass wir hier schon die Short Order bekommen, einen kurzen Wicker rauf machen und dann hinunter gehen. Dann kann man gleichzeitig hier einfach open und dann sage ich, ich möchte hier wieder eine Trigger und gebe diese halt irgendwo weiterhin unten ein bei dem Preis. Sage ich bei 5,2 irgendetwas. Wir sagen das jetzt nur als Beispiel. Und dann sage ich Sell Short und was macht er? Er öffnet mir hier eine zweite Order als Sell Short. Und das Geniale ist, ich kann diese Sell Short auch manuell dann wieder, also automatisch closen, wenn ich hier das mache mit Close und sage Close Short. In dem Fall sind das eben so diese Dinger, die man vollautomatisch einrichten kann und sich bei der Take Profit um nichts mehr kümmern muss. Wie nochmal gesagt, vergesst das bitte nicht, was das angeht mit den Closing Candles. Das ist wirklich wichtig, weil sonst kann man sehr oft ausgestoppt werden. Man würde sich einfach nur die Take Profit oder die Stop Loss Rate erhöhen. Aber bei 196 zu 32 kann ich selber gerade nicht glauben. Aber auch 35 zu 10 in diesem Monat jetzt und wir sind erst am Anfang des Monats. Da kann echt noch einiges rauskommen. Deswegen ja, das ist dieses Update. Deswegen alles, die zweite Gruppe wird jetzt eh geschlossen, das glaube ich noch ein. Und die erste Gruppe da, wo jetzt jeder auch den Link hat. Wir wollten den Link, ihr wollt dabei sein. Videobeschreibung, schaut einfach hinein in die Telegram-Gruppe. Dort habt ihr angepinnte Message oben. Pint Message. Und dort findet ihr dann, das zeige ich euch auch noch ganz kurz, hier rechts oben, hier der Link zur Signalgruppe. Da klickt ihr dann einfach hin, dann kommt ihr zu so einem Link und dann kommt ihr automatisch in die Signalgruppe hinein. Ansonsten war es das. Danke fürs Zusehen, liken, teilen und ihr habt es nicht vergessen. Ciao, ciao.